Weißer Oktober im Vogtland. Statt einem goldenen Herbst gab es heute für die Vogtländer einen verfrühten Winter. Bereits letzte Nacht klopfte Väterchen Frost an die Tür und bedeckte die eigentlich noch bunte Landschaft mit einer zarten Schneedecke. Doch Winter heißt nicht nur, dass Schneemänner, sondern auch Unfälle gebaut werden. Laut Polizeiangaben wurden in Südwest-Sachsen heute Vormittag 35 Karambolagen gemeldet. Außerdem kam es auf den Autobahnen und Landstraßen zu Staus und Sperrungen, wie zum Beispiel zwischen Muldenberg und Klingenthal, wo die Straße wegen des Schneefalls und einem Unfall gesperrt werden musste. Laut den Aufzeichnungen des Rodebischer Meteorologen Harald Hutschreuter hat es noch nie so einen frühen Wintereinbruch dieser Art gegeben. In den nächsten Tagen soll es wieder wärmer werden und vom Schnee wird dann auch nichts mehr zu sehen sein, sagt der Wetterdienst.